Hallo, so ein neues Video zum PVScreen Metaportal. Diesmal soll es um die Diagramme gehen, die man hier neben schon in der Schnellansicht sehen kann. Wenn man hier auf eine Anlage draufklickt und dann gibt es hier neben immer diese Voransicht von dem jeweilig zugehörenden Diagramm und was dort angezeigt wird, ist abhängig von dem was hier oben eingestellt ist. Also hier oben stellt man Tag ein, Monat oder Jahr. Wenn ich das zum Beispiel jetzt auf Monat umschalte, dann kommt hier also eine Monatsansicht und wenn ich jetzt die Anlagen wechsle, dann sieht man hier jeweils von der jeweiligen Anlage eine Voransicht von dem monatlichen Verlauf. Ich stelle das jetzt noch mal zurück auf die Tagesansicht. 4. Oktober, das war ein ganz schöner Sonntag, dass man ein bisschen was sehen kann. Ich suche mir jetzt hier mal eine Anlage aus und ich kann, indem ich hier auf die rechte Maustaste klicke und hier Diagramme auswähle, dieses Diagramm jetzt auch in groß bekommen. Die einfache und schnellere Variante ist einfach hier neben einen Doppelklick drauf machen und schon taucht das Diagramm Pros auf. Ganz schön geeignet sind diese Diagramme, wenn man verschiedene Anlagen miteinander vergleichen möchte. Man kann jetzt hier zum Beispiel mal einen Filter machen auf Anlagen, die in Rüsselsheim stehen. Es macht ja Sinn, dass man Anlagen miteinander vergleicht, die am gleichen Standort stehen. Jetzt hat es 6,5er Postleitzahl. Das hat noch nicht gereicht. Jetzt haben wir nur noch alle Rüsselsheimer. Ich wähle jetzt mal hier diese Anlage in der Marktstraße aus. Wenn ich mehrere Anlagen miteinander vergleichen möchte, dann muss ich hier hinten einen kleinen Haken reinsetzen. Sie sehen, dass jetzt hier schon zwei Anlagen auftauchen. Wenn ich eine dritte auswähle, kommt hier noch eine dritte dazu und so weiter. Wenn ich jetzt hier einen Doppelklick drauf mache und dann sieht man alle drei Anlagen hier im Überblick und kann die direkt miteinander vergleichen. Dass sie jetzt nicht direkt hier alle übereinander liegen, das hängt damit zusammen, dass das Anlagen ja mit verschiedener Modulausrichtung und Modulnaigung sind, die zum Teil auch Ost-West-Anlagen sind. Also wo ein Teil des Solargenerators nach Westen ausgerichtet ist und ein Teil nach Osten. Dann ist auch eine Südanlage dabei. Ja, zum Beispiel hier ist auch ein Südanteil mit dabei. So, voreingestellt ist immer die spezifische AC-Leistung hier oben. Das heißt also, es ist immer normiert auf 1 Kilowatt Peak. Nur dann macht der Vergleich verschieden großer Anlagen ja Sinn. Ich kann das mal demonstrieren, indem ich hier einfach umschalte auf die absolute Leistung. Und man sieht, dass die Anlagen, je nachdem wie große eben sind, sehr unterschiedliche Leistungen natürlich bringen. Und dass ein Vergleich zwischen den einzelnen Anlagenteilen natürlich nur Sinn macht, wenn man die spezifische Leistung eingestellt hat. Deshalb ist diese Einstellung auch default. Das heißt also, wenn man so ein Diagramm aufruft, ist standardmäßig immer erstmal die spezifische Leistung eingestellt. Man kann jetzt hier in dem Diagramm, wie das gewohnt ist, navigieren. Also 4. Oktober, 3. Oktober kann sich durch die einzelnen Tage hier durchblättern. Man kann gezielt einen bestimmten Tag annavigieren. Zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir mal den 3. Juli. Das ist glaube ich auch ein ganz schöner Tag. Man kann verschiedene, man kann jetzt hier auch die Monatsansicht auswählen und kann sich dann entsprechend auch wieder durch die Monate durchklicken. Das heißt also, nachdem man das Diagramm angewählt hat, muss man nicht erst wieder Diagramm schließen und unten neu anwählen in der Ranking, sondern man kann hier direkt sozusagen das anschauen, was man sehen will, indem man sich hier dann einfach durchklickt. Wenn ich jetzt von so einer Monatsansicht mir zum Beispiel den schönsten Tag des Monats dann mal in der Tagesansicht anschauen will, dann kann ich einfach, wie Sie eben gesehen haben, auf diese Balkengrafik draufklicken und bekomme von dem entsprechenden Tag dann den Tagesverlauf angezeigt. Dann zeige ich als nächstes mal, wie man in so eine Anlage reingeht. Also das, was man beim Monitoring eigentlich am häufigsten macht, wenn man eine Anlage ein bisschen näher unter die Lupe nimmt, einfach die einzelnen Anlagenteile miteinander vergleicht. Hier zum Beispiel in der Anlage gibt es zwei Wechselrichter und hier kann ich den einen Wechselrichter sehen, hier den anderen. Wenn ich beide miteinander vergleichen möchte, mache ich hier einfach einen Haken rein, sehe beide Kurven, Doppelklick drauf und schon habe ich hier Wechselrichter 1 und Wechselrichter 2 und sehe den jeweiligen Tagesverlauf. Also hier wäre zum Beispiel jetzt schon ein Anlass, einfach mal nachzugucken, wieso der eine, der Wechselrichter 2, um die Mittagszeit hier eine etwas geringere Leistung bringt als der Wechselrichter 1, ob da eine kleine Teilverschattung vorliegt oder was auch immer. Hier im Nachmittagsbereich sehen Sie, liegen die Kurven exakt übereinander und bei Anlagen, die optimal laufen, also wo alles in Ordnung ist, sollte das wirklich auch genau so sein. Also wenn man keine Teilverschattung, keine Verschmutzung hat und Module, Wechselrichter, sozusagen alles gleich ist, dann müssen die Kurven eigentlich exakt übereinander liegen. So, es geht noch weiter mit der Detailtiefe. Wenn man jetzt hier draufklickt, kann man ja sich von den einzelnen Wechselrichtern, das hatte ich in einem anderen Video schon mal erklärt, die einzelnen Stränge hier unten anzeigen lassen. Also die Modul, beziehungsweise sind eigentlich nicht die Stränge, sondern korrekt genommen sind es die MPP-Tracker der einzelnen Wechselrichter. Jeder Wechselrichter von dem Typ 8000 TL hier von SMA, die haben zwei Eingänge, die separat geregelt werden. Das heißt also, man kann an diese Eingänge auch unterschiedlich geneigte und ausgerichtete Module anschließen, sodass wir die auch getrennt erfassen können und dann hier auch getrennt darstellen können. Was man damit erreichen kann, das sehen Sie sofort, wenn man die Grafik hier anschaut, dann sieht man, hier ist es auch noch gekennzeichnet worden, dass der eine Eingang einen Generatorstrang bedient, der östliche Ausrichtung hat und der zweite Eingang einen Generatorstrang, der Richtung Westen ausgerichtet ist. So, und damit nicht genug, wenn wir jetzt den zweiten Wechselrichter ebenfalls öffnen und auch hier die beiden Stränge aktivieren, wieder Doppelklick auf die Grafik, auf die Vorschaugrafik hier rechts und dann kann man sogar von beiden Wechselrichtern die einzelnen Eingänge miteinander vergleichen. Das heißt also, ich kann jetzt hier beide Osteingänge sehen und beide Westeingänge. Jeder Wechselrichter, muss ich dazu sagen, hat jeweils in dieser Anlage jetzt einen Oststrang oder einen Osteingang, einen Westeingang. Wenn ich jetzt beide Westen miteinander vergleichen, will, dann muss ich halt von jedem Wechselrichter einen Eingang jeweils aktivieren. Wenn man jetzt das Diagramm noch ein bisschen entwirren möchte und möchte zum Beispiel nur auszählen, dann kann man hier oben draufklicken. Dann kommt hier so ein Strich durch dieses Symbol, also durch diese kleine Legende und so können Sie die nach Aufruf des Diagramms noch ein- und ausschalten. So, jetzt machen wir mal nur die beiden Weststränge. Ja und auch hier sieht man, dass da einen kleinen Unterschied besteht. Also hier wäre jetzt indiziert, dass man einfach mal nachschaut, was ist da los. Ist vielleicht eine kleine Teilverschattung da oder ist möglicherweise eine Bypassdiode kaputt? Also das wäre jetzt schon mal ein erstes Indiz, wo man mal beim nächsten Wartungstermin danach gucken sollte. Was man jetzt hier auch noch machen kann, ist eine zweite Y-Achse einfügen und zusätzliche Parameter anschauen. Sinnvollerweise zum Beispiel schaut man sich Spannungen und Tagesverläufe gleichzeitig an. Das ist jetzt hier schon so ein bisschen verwirrend. Man kann die Legende übrigens hier oben mit diesem Button ausschalten. Kann man hier einen ausschalten, damit man den Überblick nicht verliert. Ich gehe gerade mal in eine andere Anlage rein, wo ich diese Ansicht dazu benutzen kann, noch mal was zu zeigen. Und zwar klappen wir die hier wieder komplett zu. Das geht übrigens auch hier oben mit diesem Button hier. Damit kann man alles wieder zuklappen. Also wenn man sich durch mehrere Ebenen geklickt hat und alle möglichen Wechselrichter und Stränge dann offen hat, dann kann man die alle auf einen Schlag wieder zumachen. Mit diesem Knopf. So, ich gehe jetzt mal hier in diese Anlage rein und wir nehmen mal einen schönen Sommertag. Machen wir es einfach mal so. Jetzt mal die Monatsansicht auswählen. Ich klicke mich jetzt hier durch. In Richtung Sommer. Juli. Doppelklick aufs Diagramm. Beziehungsweise, ne, das war jetzt noch falsch. Hier vorne erstmal die Stränge aufmachen. Dann markieren wir alle drei Stränge. Und dann gehen wir hier mal rein, das Diagramm. Und dann, wenn ich in den schönsten Tag rein will, gehe ich hier vorne drauf, mache einen Doppelklick drauf und sehe dann hier den Tagesverlauf. Tagesverlauf. Hier kann man jetzt auch schon erkennen, dass der Zenit nicht genau mittags um 12 Uhr, beziehungsweise Sommerzeit 13 Uhr liegt. Das deutet also darauf hin, dass das eine Westanlage ist, was in der Tat auch so ist. Und hier kann man jetzt die einzelnen Eingänge von diesem Wechselrichter sehen. Man sieht auch, dass die wunderbar übereinander liegen. Also hier ist alles in bester Ordnung. So soll es eigentlich sein im Idealfall. Und wenn ich jetzt hier den Spannungsverlauf von diesen drei Eingängen noch einschalte, dann sieht man, also erstens mal, dass die Spannungen hier wunderbar übereinander liegen. Man sieht so eine typische U-Kurve. Das ist klassisch für den Spannungsverlauf am Solagenerator an einem schönen Sonnentag. Nach morgens hat man noch niedrigere Temperaturen, geringere Einstrahlung. Das heißt, die MPP-Spannung, die Spannung im Punkt maximaler Leistung, liegt etwas höher. Im Verlauf des Tages wird die Spannung immer kleiner. Mit zunehmender Temperatur und zunehmender Einstrahlung erreicht man hier irgendwo ein Minimum. Und in den Nachmittagsstunden geht die Spannung wieder ganz leicht nach oben. Das heißt also, wenn man sich so einen Verlauf anschaut und da kann man auch wunderbar das Regelverhalten von einem Wechselrichter studieren. Und wenn also hier zum Beispiel jetzt Auffälligkeiten sind, dass hier Spannungssprünge zum Beispiel stattfinden oder dass die Spannung kerzengerade ist an so einem schönen Sonntag und nicht diese typische U-Form zeigt, dann lässt das schon Rückschlüsse zu, dass da irgendwas mit der Regelung nicht richtig in Ordnung ist. Was ich jetzt hier noch zeigen wollte, ist, dass man diese einzelnen Kurven hier schön ein- und ausschalten kann. Da wird es übrigens in Zukunft noch eine kleine Verbesserung geben, dass wenn ich jetzt den Tag hier wechsle, dann sind sie nämlich immer wieder alle eingeschaltet. Das wird noch verbessert werden, sodass man sich diese Einstellung hier merken kann und dass nicht jedes Mal sich wieder zusammenklicken muss. Also da wird es noch eine kleine Verbesserung geben, aber jetzt im Augenblick ist es so, dass man hier im Prinzip nach Aufruf des Diagramms sich die einzelnen Kurven ein- und ausschalten kann. Typischerweise guckt man sich natürlich dann von einem Wechselrichter-Eingang jeweils immer die Leistung und die dazugehörige Spannung an. Und kann dann am Spannungsverlauf und am zeitgleich zu beobachtenden Leistungsverlauf dann Rückschlüsse ziehen über die Qualität, zum Beispiel der MPP-Regelung des Wechselrichters. Ja, und was man hier auf jeden Fall jetzt auch schon sehr schön sehen kann, wenn man jetzt einen weiteren Strang dazu schaltet, dass die alle exakt übereinander liegen. Und das ist eigentlich der Idealfall. Also so sollte es sein, wenn eine Anlage wirklich 100%ig in Ordnung ist, wenn es da kein Problem dran gibt. Ja, und so habe ich jetzt im Prinzip auch schon so ein bisschen gezeigt, wie man diese Diagrammfunktion dazu benutzen kann, um auf Auffälligkeiten aufmerksam zu werden an Anlagen, wie man Anlagen miteinander vergleichen kann. Dazu vielleicht noch ganz kurz bei einer etwas größeren Anlage ein kleines Datei, was ich sehr praktisch finde. Das ist eine Freilandanlage mit Gleichstromanschlusskästen. Dazu muss ich jetzt allerdings hier den Filter wieder rausnehmen für Rüsselsheim. Die steht nämlich im Taunus oben. Ja, da gucken wir uns auch einfach mal einen Tag an. Allerdings muss ich da erst das Datei aufmachen. Die Anlage hat drei Wechselrichter und an diese Wechselrichter sind sogenannte Gleichstromanschlusskästen angeschlossen. An jeden Wechselrichter hängen drei Gleichstromanschlusskästen. Die nennen sich hier Argusbox. Das ist eine Bezeichnung von Cargo für deren Gleichstromanschlusskisten. Wenn ich jetzt eine von diesen dreien, die an dem Wechselrichter angeschlossen sind, mir nur anschauen möchte, dann kann ich hier das oben filtern. Also die heißen jetzt hier Argusbox 4, Argusbox 5 und Argusbox 6. Wenn ich jetzt hier einfach 0,4 eingebe, dann wird nach der Box 4 gefiltert. Und ich sehe jetzt hier hinten im Prinzip die Verläufe von sämtlichen, die Grafiken von sämtlichen Boxen kann ich mir hier anzeigen lassen. Das ist aber gar nicht das, was ich will. Ich muss das hier nochmal umschalten. Zuerst auf Tag. So, und dann nehmen wir wieder den 3. Juli. Das war ja ein ganz schöner Sonntag. Zumindest bei uns. Das war jetzt hier direkt kein gutes Beispiel. Da hatten wir zu dem Zeitpunkt einen Ausfall an dieser Anlage. Das ist jetzt kein gutes Beispiel. Nehmen wir den 3. Oktober. Ich denke, der müsste wieder intakt gewesen sein. Oktober. Und dann den 3. Ja, okay, der ist jetzt hier schon voreingestellt. So, was man jetzt hier schön sehen kann, ist, dass man von sämtlichen Boxen hier jeweils den spezifischen, also von sämtlichen Strängen, die an dieser Box hängen, den spezifischen Ertrag sieht. Und wenn ich jetzt auf die Schnelle mal die beste und den schlechtesten, den besten und den schlechtesten Strang sehen will, dann kann man das relativ einfach machen, indem man hier sortiert. Und zwar zuerst aufsteigen nach Kilowattstunden pro KW Peak. Dann sehe ich hier die schlechteste, der schlechteste Strang war der Strang 7 an der Box 4 mit 3,79 Kilowattstunden pro KW Peak. So, und dann sortiere ich nochmal, und zwar in absteigende Richtung. Ich drücke hier gerade nochmal drauf, damit man sieht, also hier ist aufsteigende Richtung. Nochmal drauf gedrückt, absteigende Richtung. Das heißt, das ist der beste Strang an diesem Tag. Markiere ich ebenfalls. Und wenn man jetzt hier drauf klickt, und da sieht man in dem Diagramm die Unterschiede zwischen diesen beiden Strängen. In dem Fall ist das zum Teil durch Teilverschattung bedingt, und zum Teil dadurch bedingt, dass die zwar an einem Zentralwechselrichter angeschlossen sind, aber auf dem hügeligen Gelände stehen und eine leicht unterschiedliche Modulneigung dadurch haben. Das ist natürlich nicht optimal, und das macht sich hier dann sofort bemerkbar, in unterschiedlichen spezifischen Energieerträgen am Tag. Was man hier außerdem noch sieht, dass es hier bei dieser Datenübertragung am zu Probleme gibt. Das ist eigentlich ganz gut bei dem System, dass diese beiden Punkte hier nicht einfach miteinander verbunden werden, was man natürlich mathematisch sehr einfach machen könnte, durch eine Interpolation, sondern dass hier tatsächlich eine Unterbrechung sichtbar ist, und die zeigt letztendlich, dass zu dem Zeitpunkt hier die Datenübertragung fehlerhaft war, und keine Daten ans Metaportal geliefert wurden. Das heißt also, wir haben nicht nur eine Kontrolle über die Anlage selbst, sondern haben zusätzlich auch noch eine Kontrolle über die Qualität tatsächlich der Datenerfassung. Aber das eigentliche Ziel der Übung, was ich hiermit zeigen wollte, ist, dass man halt sehr schnell so einen Vergleich machen kann, ja, was war der beste, was war der schlechteste Strang, indem man hier einfach, ja, diese Sortierung macht. Ich kann das ja gerade nochmal für eine andere Box nochmal wiederholen, nur die 5er-Box nehmen, Sortierung macht, bester Strang, nochmal sortieren, dann habe ich hier den schlechtesten Wert oben stehen, ebenfalls wieder markieren, und dann eben Doppelklick auf das Diagramm, und schon sehe ich die beiden Kurven hier übereinander liegen. So, vielleicht nochmal an einem Tag mit weniger Unterbrechung, das ist jetzt bei der Anlage, gab es hier immer mal wieder Datenlücken, wie man erkennen kann. Wenn ich alle Stränge gleichzeitig einschauen will, kann ich übrigens hier auf den Button draufdrücken, dann werden alle markiert, Doppelklick drauf, und man sieht, das wird dann hier, ja, bisweilen vielleicht schon ein bisschen unübersichtlich, aber wenn die alle exakt übereinander liegen, weiß man halt, okay, da ist alles in Ordnung, wenn sie sehr große Abweichungen haben, oder ein Strang gar hier unten irgendwo liegt, dann weiß man, okay, der ist ausgefallen. Das wird allerdings zusätzlich auch nochmal durch eine Störungsmeldung angezeigt. Hier gibt es jetzt bei so vielen Strängen dann, ja, so ein Scrollbalken, und auch hier gilt wieder das Gleiche, dass man die hier so ein- und ausschalten kann, indem man einfach draufklickt, sobald sie ausgeschaltet sind, ist ein Strich durch, das jeweilige Legendensymbol, man kann sich hier dann durch navigieren. Okay, ich denke, das war es jetzt erst mal zum Thema Diagramme, und, ja, demnächst gibt es ein weiteres Video, nochmal, zu dem Thema der aggregierten Daten, die hier unten abrufbar sind, das wird aber jetzt in dem einen Video zu lang, da machen wir nochmal ein extra Clip draus. Vielen Dank.